Hey und willkommen zu einer kleinen neuen Runde Asmophobia und ja, viel Spaß. Shaggy, du bleibst bitte gleich im Wagen, du bist gerade Erster an der Rotation. Also du gehst nicht als erstes aus dem Van und du gehst nicht als erstes ins Haus. Ja, ich hab Up-Zeroin gebaut. Ich hab's first try geschafft. Dem Up-Zeroin gebaut. Wow. Wow, einfach wow. Erstmal okay. Nein. All good. All right, we are here. Take a look at the equipment. We have an error for the vehicle to start. Okay. Charles Jackson. So, ja, rauch ich Stippchen während der Jagd, dann kommen wir hinter irgendeinem Salz. Perfekt. Ich drück immer die falsche Taste zum Sprinten. Shaggy steht ganz oben, ich war zuerst aus dem Van, Lucy als erstes im Haus. Und ich mach gar nichts, okay. Bin ich gut. Das ist okay. Ich such das Witcher-Bot. Ich such das Witcher-Bot. Du hast gespendet und sollst nicht sterben. Bist du da? Ich... Ich bin der Typ, der sich mit dem Geist unterhält. Sehr gut im Keller. Keine Ouija. Oh, Junge. Bist du da? Give us a sign. Ah, Thomas Wilson. Give us a sign. Ich glaub der Geist wohnt hier gar nicht. Auf dem PC steht Thomas Wilson. Emf? Wo? Gibt uns Anzeichen. Wo? Hier. Wo bist du? Hier ist er. Im Schlafzimmer. Bist du da? Ihr weißt sogar, er ist es drin. Ich hab mich den Geist gefragt, dass er was machen soll. Guck mal, ich bin sogar freundlich. Ich lieg's... Hier vorne. Das heißt, er ist wieder in allen drei Räumen. Perfekt. Reif ins Buch. Hey. Bist du da? Ja, er hat die Tür benutzt. Das war eine Tür. Ja, hier, die hat er benutzt. Wie alt bist du? Arroganter Geist, okay. Schreib ins Buch. Dann bin ich auch nicht mehr höflich. Dann schmeiß ich das Buch auf den Boden. Nee, ich hol eine. Ein technisch, den kannst du auch einmal ein Foto davon machen. Ja, aber eventuell verschwende ich dann einen Fotoplatz. Gerade eben haben wir auch schon drei verschwendet. Für nichts. Awww. Okay, was brauchen wir noch? Also warte. Jede Runde versuche ich, das Buch zu füllen. Jede Runde gibt es einen, der Fotos macht. Soll ich was sagen? Ja. Wenn du den Platz nicht verschwendest, dann ich. Ey. Ganz trocken. Ist vielleicht eh besser, irgendwie sterbe ich immer bei dem Versuch das Buch zu füllen. Warum ist da eine Kamera? Da ist der Geist nicht. Ich dachte, lieber eine Kamera mehr als eine. Das ist wenig. Kann ja sein, dass er da mal hinläuft. Ja. Kann man das doch mitnehmen. Ich nehme Räucherstäbchen mit. Man weiß ja nie. Oh, er ist hier grad im Flur durch Salz gelaufen. Hier sind auch Fußabdrücke. Lucy, Fußabdrücke? Er kommt grad auf mich zu anscheinend. Ich geh doch mal. Ich lass euch mal alleine. Okay. Hatten wir jetzt Fingerabdrücke? Nee, aber wir haben Fußabdrücke und Gespenster machen keine Fußabdrücke. Da waren auch Fußabdrücke. Wo? Da sind ja keine mehr. Also, ich seh keine. Hallo, lieber Geist. Bist du anwesend? Aber vielleicht läuft er gleich nochmal durchs Salz. Geist, bist du da? Hey. Dann hab ich mir grad so geflüstert. Ich hab aus Versehen die Räucherstäbchen angemacht. Perfekt. Ich hab statt G HWF gedrückt. Okay. Klassiker, Klassiker. Mir passiert das immer andersrum. Aber hier liegen die Räucherstäbchen, das ist gut. Nee, warte, hast du. Was? Okay, sie hat mir am Eingang ins Ohr gehäht. Nein, also ich hab auch grad Hey gesagt, ja. Oh, da hinten. Er. Foto. Da. Ich hab schon ein Foto. Hallo. Manni, bist du's? Nee, schade. Ja, war noch drauf. Das ist nicht Manni. Manni, Manni ist übrigens der Metzger. Oder der Fleischer. Das ist Manni. Was haben wir bisher? Ja, genau das. Ah. Guck mal, hast du das Foto von der Katze schon gesehen? Ja. Manni, ist so fucking niedlich. Das sind alles Waylife-Fotos. Safe. Einfach weg, Mamm. Hier werden keine Fotos angeguckt. Hier wird gearbeitet. Wollten wir das vielleicht mal umstellen? Vielleicht haben wir woanders was. Oh, ist durch Salz gelaufen. Hatten wir UV? Nein. Achso. Leg mal das Buch hier vorne hin, weil er hier ja auch gespawnt ist. Schreib ins Buch. Irgendwer ist aus dem... Gott anscheinend geflogen. Das nervt. Schreib ins Buch. Warte, ich versuch nochmal allein zu... Ich bin gerade einfach durch den Geist gelaufen. Ich glaube, ich habe nur überlebt, weil ich Räucherstäppchen anhatte. Wer ist tot? Ist... wer ist... ist das Foto? Oh, er kommt auf mich zu. Hilfe! Ich glaube, ich bin gestorben. Hallo! Oh Mann, das mit Discord nervt gerade übertrieben. Wir lassen ihn einfach zurück. Nein? Nein. Noch? Ja, ich bin da aber durch den Geist durchgelaufen, als er gehandelt ist. Okay. Ich weiß nicht, ob die Aufgabe gezählt hat. Nein, er hat natürlich nicht gezählt. Perfekt. Perfekt. Danke. Danke, Spiel. Jetzt haben wir auch kein Räucherstäppchen mehr. Oh, ich mein Horps. Habe ich da einen Horp? Stell dir keinen Mal um. Stell dir keinen Mal um. Du kannst weggehen, oder was? Jetzt wurde die ausgemacht. Verstand sie schon. Äh, Julian meinte vielleicht diesen, diesen Lagerraum oder so. Hat er, glaube ich, eins gesehen. Hätte er gerade im Schmied abgesehen. Ich glaube, ich bin einfach nur verrückt. Könnte sein, könnte sein, absolut. Die Kamera sollte auch angemacht werden. Dann nochmal aus und wieder anmachen, weil die wird nicht ange... Jetzt wird seine angezeigt. Kann man während der Jagd obsten? Ja. Ach, das war wahrscheinlich nur das Teil da, was reflektiert hat. Ah. Okay, jetzt, jetzt stirbt aber bestimmt wer. Arti, wir stehen da beide im Schrank. Dann sind sie sicher. Wenn sie nicht reden. Das kriegen wir hin. Ich platziere gleich nochmal eine Kamera. Ich habe noch eine Vermutung. Wenn es ob sein könnten. Und ich nehme nochmal das zweite Buch mit. Weil gerade eben, als er auf mich zugelaufen ist, beziehungsweise als er angefangen hat zu handen, ist er im Flur gespawnt. Stell da einfach nochmal einen hin. Aber er kann ja überall spawnen. Ich stelle da trotzdem einen hin. Ich habe Erfahrungen. Ja, ja, ja. Mach, mach. Ich bin Profi. Ich wollte nur sagen, er kann überall spawnen. Ja, das weiß ich. Das habe ich auch schon gemerkt. Sollte jetzt eh aufhören. Aber ich mach mal hier den Sharky. Ah, wir haben den ersten Hinweis. Perfekt. Ja, eben ist sie genau hier gespawnt. Ja, ist sie bei mir auch gespawnt. Deswegen wollte ich hier mal vorsichtsam eine Kamera hinstellen und ein Buch hinlegen. Bleiben ins Buch. Nehmen wir fünf. Perfekt. Nehmen wir fünf. Perfekt. So. Bist du da? Box, er ist im Flur Wohnzimmer hier. Kannst du mal die Lampe da weglegen, die hier am Boden liegt? Wurde angeschrien. Hilfe. Ich habe gerade nichts verstanden. Könntest du die Lampe, die da auf dem Boden liegt, weglegen? Wie? Danke, Shaggy. So sehe ich perfekt durch dich durch. Nein, eigentlich gar kein Ding. Dieser Booty. Was? Das war ich nicht. Ich habe mal Strom ausgemacht. Ich hol mal das zweite Buch nochmal. Warte, Triggerpunkt ist hier. Ich sehe halt nichts von weniger Zeit mit den Taschenlappen leuchtet. Dreh dich mal bitte weiter nach links. Richtung Wohnzimmer. Sofa. Taschenlappen aus. Das ist ein Orb. Direkt Orb hinter dem Sofa. Dann können wir gehen. Das war ich nicht. Schon wieder in June. Aber wir haben alles fertig. Ach, wieder ein R5. Such die. Mir noch nicht mehr welche überlassen. War nicht wahr? Ich hole auch welche. Ich... Ich habe doch so wenig Sanity. Nächstes Mal teile ich. Okay. Sehr freundlich. Ich bin nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Und das war's mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und würde mich sehr über ein Abo und eine Bewertung freuen. Und bis zum nächsten Video. Ciao.